Okay, bist du wieder online? Ich bin sowas von... Nein, bin ich nicht, warte mal. Gleich durch, geht online. Wir sind immer in die Soccerhalle gegangen. In die Sackerhalle? Soccerhalle. Sehr schön, ich hab aber auch Sackerhalle verstanden. Oh ja, die Sackerhalle. Und Bart sieht es nur, das erklärt einiges. Soccerhalle, das ist eine Fußballhalle. Meine Frage, ist Chaosfloh44 nicht ein YouTuber? Ich seh den ab und zu auf der Startseite, der macht glaube ich Minecraft, der ist gerade auch in meiner Gästeliste. So, jetzt bin ich online. Möchte der vielleicht statt meiner mitspielen? Chaosfloh44. Ich bin online. Nein, bist du nicht, rügst du mich an? Ich bin auch online, 100 Mal. Kann ich gerne nochmal neu connecten? Mit 100 DS? Ja bitte, ich seh hier nämlich nur die Alice. Every day Saturday. Du bist nicht Ryder, ne? Du hast nicht plötzlich deinen Namen geändert? Ne, ich bin Twix. Oh, weil Ryder hat mich gerade zu einem richtig fetten Kampf eingeladen. Warte Steffen, das rechte oder das linke Twix? Die Werbung ist fake. Rechts wird Karamell übergossen, vom linken überzogen. Dass du die einfach auswendig kannst. Ich hab ja keinen Fernseher. Ich hab auch keinen Fernseher. Ich hab auch keinen Fernseher. Wann hab ich das letzte Mal Fernseher? Also, ich hab einen Fernseher. Umso schlimmer. Ich guck da kein Fernseher hin. Wo ist denn meine Einladung, Mann? Ich spiel da nun mit meiner N64. Wenn Mr. Marvin mal online da ist, geht doch. Ich muss neu connecten, Mann. Siehste, lag an Marvin. Scheiß ihn bitte zusammen. Ich fokuss dich jetzt. Das ist der Pokémon-Anzieh. Er hat mich eingeladen. So. Deine Einladung zu einem Multikampf wird verschickt. Marvin, ich hab ne lustige Diff für unseren GPL-Kampf. Lass mal einfach eins gegen eins machen. Also nur ein Pokémon mitnehmen. Okay. Und wer dann zufällig das bessere Match-Up hat, der hat halt Glück gehabt. Das wär halt echt lustig. Oder macht's interessanter. Nehm sechs Pokémon mit, aber schick da nur eins in den Kampf. Und danach aufgeben. Yay. Okay. Tentatel gegen Heecher, okay. Okay. Steht das überhaupt in den Regeln, dass man sechs Pokémon mitnehmen muss? Ich glaube nicht. Die Kämpfe werden sechs versus sechs ausgetragen. Scheiße, Mann. Aber ich sag's mal so, wenn du weniger mitnimmst, machst du dir selbst... Ja, weil wir beide eins gegen eins anspielen. Sein Porygon gegen meinen Registil, ne? Auf geht's. Gutes Match-Up. Nice. Aber dann bitte Erholung mitnehmen. Ja. So. Micha und ich machen nächste Woche eh erstmal einen Meme-Kampf, um die Leute zu treuen und dann erst den richtigen... Wer? Meme-Kampf. Mifi und ich. Okay. Okay. Seid ihr alle ready? Ja. Ja. Nicht ganz. Zimmer und Chris, einer von euch darf dann die Begrüßung machen. Zugzeug, rausspielt, Xing-Shang schon. Okay. Sind alle fertig? Ja. Ich hab doch nicht gesagt, was ich wähle. Hallo Leute, na? Wir spielen FFA. Hurra. Was ein Spaß. Mit Barzi. Hi. Marvin. Hi. Und Tim. Hallo. Der hat nicht so viel Spaß. Und mir. Hi. Der Spaß setzt die Grenzen. Ach, der Tim hat schon noch Spaß. Wobei, jetzt sind Tim und ich auf einer Seite, also werden wir... Vielleicht halte ich ja mal mehr als fünf Runden durch. Glaubst auch nur du. Aber du wirst super sein. Sui, wir müssen das Meme aufrechterhalten. Tim? Oh, bitte nicht. Noch können wir es lassen. Bitte macht kein Meme da raus. Ich möchte Tim ja nicht noch mehr einen reindrücken. Aber eigentlich war ja Present für die Aufnahme geplant. Aber der hatte ja leider keine Zeit. Dazu musste er planieren. Ja, siehst du, Present hätten wir eigentlich gefokust. Und du bist jetzt an seiner Stelle. Nee, ich hab mich wahrscheinlich wieder im Kampf mit Present gedisst. Das ist schon so ein Running-Gig, dass Present und ich immer versuchen, die anderen zu manipulieren, damit die auf den jeweils anderen gehen und man selber gewinnt. Wie bitte? Tim? Ja, das ist... Huh? Tim, zweimal Alula Kokowai. Also, ich und du halt. Achso. Der hat nicht so viele Pokémon. Stimmt, ja. Tim hat nur die sechs. Der hat sich grad eben noch schnell eins gefangen. Hat eigentlich nur elf. Ja. Okay, Tim. Lass uns die wrecken, okay? Alles klar, wenn ich sowas von dabei... Das ist ja schon fast ein legitimer Multikampf, wenn das so weitergeht. Alles klar, Sui, ich geh gleich auf Tim. Guck dir die schon an, wie die da stehen. Was soll das überhaupt darstellen? Oh, ihr seid voll synchron, Alter. Ja, wir sind ja auch zuckersüß. Äh? Oh Gott. Gott. Ja. Lass sich drüber streiten. Hallo. Hallo. Ihr könnt nichts tun. Schleimi. Oh nein. Die Wahlentwicklung davon hat mich gerackt. Ich bin viel zu niedlich, ihr könnt mir nichts tun. Schnüffler. Ich will eine Palme schnüffeln. Beugt der sich dann ganz weit runter und ich will es gar nicht wissen eigentlich. Letzten Sommer ist mir da sowas passiert. Letzten Sommer? Dass du dich runter gebückt hast. Palme. Ja. Die Verlockung ist groß, aber eigentlich muss ich es tun. Oh. Okay. Warte mal. Bist du die Palme oder bist du Brocklaster? Das dürft ihr jetzt herausfinden. Ich bin immer das, was glänzt, weil ich ein Showoff mache mit allem, was ich damals im Stream gezüchtet habe. Achso. Gezüchtet. Ich auch. Jeden Mittag. Zum Frühstück. Ich finde es immer noch komisch, dass Koko-Weiß-Palme oder die Kokosnusser oder was immer das ist am Schwanz. Jahi. Äh. Hinten so ein Gesicht noch drauf hat. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen. Zimmer. Mein Hötchen zu das Seif. Es wäre eigentlich viel schlimmer. Ja, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich mir jetzt dabei gedacht habe. Es war einfach so ein Impuls. Ich muss das tun. Bitte nicht. Bitte nicht auf Schleimi. Doch. Das ist ein persönliches Internet. Okay. Wer hätte damit gerechnet? Sorry. Ihr wolltet den Multikampf? Die weitere Übung davon hat mich gerackt gehabt. Ja, komm. Lass mich in Ruhe. Okay. Wir harmonieren noch nicht ganz so gut als Team. Ich glaube, du musst erstmal auf mein Level. Ich bin gerade schon dabei. Tim, diesmal ist nicht dein Mann das erste, was raus ist. Stimmt, aber wahrscheinlich das zweite. Ich bin schockiert. Hi. Ich bin Eugene Krabs. Alter, Chris. Hallo. Wieso kam mein Silvaro-Blattwerk? Okay. Ich weiß nicht. Ich werde meine Gründe gehabt haben. Vielleicht hast du es einfach nur... Oh mein Gott, der Wechsel! Ein wahres Pokémon-Karussell! Was wird der Trainer tun? Oh Gott, jetzt kommt das andere halt nur größer. Oh, jetzt kommt Mami. Ich wollte erst auf Delegator gehen. Aber kann man jemand was machen? Mama! Ja, gar nicht! Ich werde dir einfach die Überreste abzwacken. Ja, hallo? Warte mal. Ich hab dich gekniffen. Oh, ich vergesse dauernd... Hallo Pikachu, Raichu. Pikachu, Raichu. Pikachu, Raichu. Ich hab mich gerade gerettet. Ich hab mich gerade gerettet. Ich vergesse dauernd, dass Raichu Psychotyp hat. Keine Sorge, Tim, ich werde nicht auf dich gehen. Ich aber. Alter! Yijij. Ey, ich sage noch... Oh, Raichu hat ein Psychotypen und er fokusses Seltsam. Da geht trotzdem auf den Schlag. Alter, Tim hat gelernt, Tim hat die Konter rausgehauen, Mann. Der Fokus-Gurt, der wusste einfach, dass das passieren würde. Ja, ein schlauer Mensch. Oh, hast du mir ja nicht mal ein Pokéhol abgezwackt? Weißt du, was jetzt traurig wäre? Das dreht sich so gut an. Ein schlauer Mensch hätte an meiner Stelle eh gewechselt, aber ich dachte mir so. Das kann ich nicht bringen. Alter. Das macht immer mehr Schaden, als ich dachte bei deinen kleinen... Ja, ich verstehe es halt nicht. Vor allem so... Ja, Raichu ist ein psychischer Pokémon, dann würde ich auf Tiefschlag gehen. Das ist doch so offensichtlich. Ach, ich folge dem Impuls. Soll ich mal deine Bäckchen kneifen? Bitte nicht. Ähm... Ich wollte dir meine Idee... Seid beschäftigt. Na ja, du hast ja mit Chris zu tun, von dem her. Oh nö! Jetzt kommt der Shadow Sneak! Oh nö! Och, bitte! Ich kann absolut nicht machen, dass ich 3 Geist-Tracken dabei hab. Nice one, Sumi! Nice one! Ich kann nix dafür! Ich bin ein Vampir! Kein Shadow Sneak! Alter, der hat ein Schwert! Also ich muss ehrlich sagen, Bartzi und Marvin, ihr seid mir doch echt schrecklich egal grad! Ja, ne, verständlich! Ich kann nicht absolut verstehen! What?! Oh nice, dann ist das grad voll der nice Move gewesen von mir! Der Backstep und Marvin jetzt so Shit, was hat der getan? Nein, 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 ich hab gesagt, ich geh nicht auf Tim! Alter! Tja, Sumi! Fokusgurt! Ja? Das kann ich für dich tun! Ist dein Name Fokusgurt? Jo, Mensch. Oh shit, jetzt ist alles vorbei! Oh shit, jetzt ist alles vorbei! Das ist süß! Es ist so niedlich! Es ist so niedlich, ja. Bitte nicht töten, danke! Das wär cool! Erst mal wieder das Meme forcen Oh Mann, das wollte ich noch Ich hab extra Eisschart Ich hab extra Eisschart gedrückt Schade Ich finde übrigens die Theorie ganz cool Dass Das Quiekel und Keife Quasi Oder dass Keife In eine andere Region nach Jotu gekommen ist Quasi, da durch ein anderes Klima die Haare verloren hat Und dann zu Donfern wurde Und deswegen kann Donfern auch Eissblätter Warte, kannst du jetzt mal bitte Sachen droppen, die vielleicht auch wahr sein könnten Ey Was ist denn das für ein fucking Kanal? Die hat er sich eh von Seite 2 bei Google gezogen Ja und das wird nie jemand rausfinden So hier hast du einen Knudler Weil niemand geht auf Seite 2 Hast du einen Knudler? Nein So guck mal, wir werden eine schöne Runde zusammen haben Aber ich glaube du wirst die Runde nicht überstehen Surprise Das ist ein Meme, Jesus Oh, da denkt jemand noch richtig Die Strats, alles muss überdacht werden Ich nicht, ich, ich, wow Stimmt, das ist ja auch Das ist ja noch besser Alter, das ist eine Idee, man Es tut mir leid, dass ich dich eingeladen habe, Tim Mir auch Die Sache ist, Tim Ich will dir nur helfen, du hast da doch zu tun Hast du selbst gesagt Ja, jetzt nehmt euch mal raus, Kinders Tim hat vorhin gesagt, ich hab doch voll zu tun, ich muss doch hier Okay, also das nächste Mal, wer Chris mit seiner Hilfe anbietet Weiß Bescheid Ich werde jetzt einfach sterben durch den Eissplitter Richtig Deine Probleme will ich haben Super, on fire Alter, das Ding ist richtig knuffig Ich liebe es Als ob du noch auf mich gehst Ja, natürlich Willst du, was auch knuffig ist? Er würde eh durch den Eissplitter sterben Als ob du Okay, dank Gott sei Dank bist du nicht auf mich, Alter Das wäre richtig Meme gewesen einfach Das wäre richtig ekelhaft gewesen Oh Gott Hallo Bin ich nicht beautiful? Der Pizzafisch Oh guck mal, der Fisch kommt direkt aus Köln Den habe ich nicht verstanden Ach man, Tim Tim, wir machen das jetzt wie bei TCNT Wer keine Pokémon mehr hat, darf nicht mehr reden Dann habe ich nach den ersten zwei Minuten nichts mehr zu sagen Toll ist, Dings, Dings Funpie nimmt mich jetzt mit dem Eissplitter nicht raus Und dann geht Sui jetzt aber mit einer Kaskade auf Funpie Du hast ja noch ein Pokémon Das habe ich ganz vergessen So, und jetzt nimm mal bitte Funpie raus Bitte mach das nicht, Sui Wenn ich schon nicht mehr im Kampf teilen haben kann Dann will ich es im Geiste Ja, schön Ich fühle mich sehr glücklich gerade Ich bin sehr froh, dass ich diese eine angenommen habe Ich danke dir Danke dir, Bazi Keine Sorge, war auch das letzte Mal Nein, Kaskade tänke ich Der Pizzafisch Weißt du, was das Problem ist? Bazi hat noch zwei Pokémon Ja, aber er hat jetzt einen Eisblock Ich werde in allen vier Kämpfen einfach so die Spur rauskatten Es gibt einfach schöne Tage oder es gibt wunderschöne Tage Schnüffler Ich habe heute einen guten Tag Das ist eine gesgavte Krabbe Du hast es gerade gesehen, ja Naja Das wäre tatsächlich gefährlich Er kann jetzt halt safe und Eiszahn gegen dich gehen Dich rausnehmen Ich bin eh eingefrohen Zehn Prozent Chance aufzutauen Ich glaube nicht, dass ich irgendwie Läuterfeuer habe Sui, bitte nicht Der hat noch zwei Pokémon Der hat noch zwei Pokémon, Sui Ja, aber ich habe einen Fisch Ein halbtotes Der hat noch ein Dings Bitte Bitte nicht Tank ich Tank ich Als ob Als ob Warum? Der hat noch zwei Pokémon So stark Ja, natürlich ist Knirfish strong Das hat vor allem auch Titanenkiefer Och, Krabbi Krabbi, Mann, ey Was soll denn das? Mann, das für Gary ist bestimmt Und Tim, wie geht's dir so? Ja, wie gefällt's dir so? In der ausgeschiedenen Ecke? In der Losers Lounge Hi Ich hab sie schon mal warm gesessen Seit drei Parts Wie viele Pokémon hassen Ist das dein letztes? Ja, ist das dein letztes Oh, bist du Hast du einen Boombust? Ne, leider nicht Vor allem, ich bin Drache Flug Hast du Superschei? Bin ich schneller? Ich hab keine Ahnung Das frage ich mich auch gerade Ich mach einfach Eiszahn Und hoff das Beste Bitte lass mich schneller sein Nein Mist doch Hätte ja auch daneben gehen können Achso, ihr seht Leute Die Liga 2 dominiert mal wieder hier Ah, ist schön Weißt du, Barzi sagt immer noch Nimm irgendwas mit Ich so, okay, ich nehme irgendwas mit Hätte ich das geahnt Hätte ich irgendwas mitgenommen Aber halt nicht irgendwas Was hast du hier mitgenommen? Die Memes Die Memes Richtig, die Memes Komm, wenigstens war es der Pizzafisch Hättest du dir ein schöneres Ende vorstellen können? Tim, jetzt ganz ehrlich Und dann auch noch ein Fries Also meine Pokémon haben den Pizzafisch leider nie gesehen Ja 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 Okay Vielen Dank fürs Zusehen Du bist doch Zweiter geworden Ah nee, es gibt ja keine Zweiten Zitat Ich hoffe, ihr hattet Spaß Wir hatten sehr viel Spaß Ja, also Marvin und ich haben die Zeit unseres Lebens Ja, wir haben halt Ich hab gerade echt mehr Spaß Als in den GPL kämpfen Die können mich alle mal Tim Der Spaß ist grenzenlos Mach dir jetzt ein 1 gegen 1 noch am Ende Ich möchte übrigens, dass du als Thumbnail einen Fungineer benutzt Ein was? Egal, mach weiter Ja, okay Tschüss Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dann Tschüss Das wird bestimmt super toll Sag Tschüss Tschüss Tschüss